Guten Abend, Herr Explosiver Dekner, meine letzte Bestellung, habe ich noch kurzfristig was bestellt, Knallpatrone, die andere war ja laut von Omarex, da waren sie noch Ding dabei, Doppelknall, Doppelknall, 9,5 Gramm von Poltex Explode, dann noch eine große wieder, Dummbum, 30 Meter wieder das Ding gestört, müsst ihr alle kennen. So, dann habe ich hier noch Knallpatrone von Omarex, 1,24 Gramm, ob die anderen besser sind. So, da habe ich mal von einem anderen Paket, oder einer Packung, habe ich mal das andere, was ich vorher bestellt habe, und eins von denen hier, so, das ist viel schwerer wie das andere, da haben zwei gleiche Marken, dann steht anders da hier drauf. Wenn man das sieht hier, ein bisschen näher ran zu mir, so, da oben seht ihr, Omarex, das ist die Packung hier, die ich vorhin bekommen habe, und das ist die alte hier, habe ich gesagt, die Vogelsrechts sind scheiße, das ist aber der oberste, sieht man dann hier, Omarex, Lichtspur, Signalpatrone, und unten steht, Knallpatrone, Knallpatrone mit Lichtspur, Gold, aber da seht ihr, wenn ihr hier richtig hinschaut, ein bisschen hoch hier, das ist wie so ein Kopf hier, sieht, da habe ich so ein Kopf, reingepresstes Zeug, keine Ahnung, und das da unten hat nichts, seht ihr, so leicht, wenn man das so sieht, so rechts hier, das mit dem Käpfle, das ohne Käpfle, ja, gut, sonst sind sie alle gleich, alles gleich, nur halt, ein bisschen schwerer sind die, wo ich die hier bestellt habe, von der Packung, als die hier, Omarex, ja gut, also das war meine Bestellung, gut, und das war meine Bestellung, gut, also das war meine Bestellung, gut, und das war meine Bestellung, gut, also das war meine Bestellung, gut,